so genau ist das mit dir erst mal machen von den lösebrot noch ein bisschen kriegen oder keine tür bauen im moment kohle ich glaube noch nicht mal verbrauchbare erde und wir haben kohle das lässt sich auch das mal alles fertig bauen hier ein sonnstein könnte man die richtung noch ein bisschen gehen dass sie jetzt das hier erstmal bauen die ganze gitarre machen sehr schön so was kann man jetzt hier kantinentische werden natürlich wichtig jetzt warte mal raum leer ab jetzt haben wir bloß die schlafzimmer latrine ja die müssen wir machen ich mache mir nachher glaube ich hier unten rein schlafzimmer baracke feldbett sind ja schon ein komfortables bett naja lösebrot pflanzen 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 so dann könnte man mal gucken ob man mal den elektrischen grill jetzt kriegt nein kriegt man noch nicht ging mir jetzt so nett kriegen wir nicht wir müssen uns jetzt hier runter buddeln dass man hier das kupfer rausholt hier haben wir noch alten noch mal hier wieder was für den das hier anbohren haben wir da auch noch was sehr schön genau und dann kommen wir hier gleich ein stück rein dann haben wir das hier noch sehr schön dann kriegen wir da wieder ein bisschen sauerstoff die haben wir diesen fertig die sind noch nicht fertig macht mal hier so schnell noch okay ein luftdurchlesen ziel können wir nicht hier können wir nicht das heißt wir brauchen wieder mehr kupfer kupfer kriegen wir hier ein lösebrot warte mal hier Okay. die könnten wir jetzt schon bauen die sind am wachsen serie da kriegen wir wieder ein bisschen sauerstoff na ja na ja zu essen haben wir noch ein bisschen grün müssten halt jetzt den kind muss man sogar bauen jetzt so müssen wir da mal schnell können wir zur tür machen wir können eine tür machen und was soll doch mal gleich bauen die arbeitszeit schon wiederum lacht leute ja das bett da hinten so was haben wir denn noch hilfspaket schmutzwurzel ach nee so was braucht man denn dr fähigkeiten graben und konzert nur kommen da kommen munzen so habe ich schon wieder zähne gucke so wo gibt es eigentlich wo gibt es eigentlich das was ich haben will computer strom kolonie hier müssen wir her das wäre wo das nächste ich suche eigentlich die rutschstange schutzanzugdeko da gibt es sie okay das heißt wir müssen jetzt erst mal so jetzt ist fertig da kriegen wir wieder ein bisschen sauerstoff sehr schön okay die sind am wachsen und gedeihen also ihr keinen sauerstoff habt das weiß ich erdgas also musste hier eum und erdgas geysir sein dass wir nachher öfters erdgas gehen ja wir könnten mal hier runter buddeln dass das wasser hier unten rein läuft und dann machen wir die leiter oder wir graben gleich hier rein und sammeln wir das wasser hält hier und holen uns das daher so so da forschung können wir jetzt können wir nicht baut doch mal bitte die station noch ein bisschen mehr essen kriegen das bett ist noch frei so gucken wir mal wieder welche kriegen der ziegel gehen wollen wir jetzt nicht nicht unbedingt sehr toll können wir schon den kühlschrank bauen das wird dann auch noch erforschen oder bauen dann glaube ich wieder die fortgeschrittene forschung so einfach machen immer wenn geht so gucken dass man sich zum einkriegen der grünen kann wir haben keine metallerze das ist schlecht geht da einfach mal runter wir können eine super computer bauen ok und dann im kabel drin jetzt mal mit der forschung ja ein bisschen wenig sauerstoff da oben aber wir haben da halt erstmal wieder ein bisschen rohstoffe nein da nicht ok müsste eigentlich reichen ja forschung ist gebaut forschung so feststoff da da oben brennofen steinbrecher mit essen geht es noch nicht ganz so gut vor können wir da noch ein bisschen erweitern bestimmt jetzt ist wieder einer da hinten ja gut das ist naja wenn wir jetzt hier unten noch so ein gitter rein machen das steht ja hier was hat er denn abgeschlossen ja wo können wir dann jetzt ja dann können wir das frittieren und dann noch mal ein bisschen was zu essen geht nämlich auch schon wieder runter noch nicht das was wir wollen aber wir kommen dahin wo wir ihn wollen noch keinen der grün kann das möchte mal gucken das ist wir dann und dann wir dann wir das wir dann wir Untertitelung des ZDF für funk, 2017